Try Nr. 35,5 Diesmal hat's wenigstens weniger HP Ist gut Und ich, ich, ich werde mich für anhalten Ich, ich, ich Es one-shottet mit der ersten Attacke Mein Blasermut passt Hol in dir Hol in dir einfach Ich werde nichts machen Ich werde warten, bis er auf Einem fucking HP unten ist Und dann werde ich einen Ball werfen Das wird bestimmt besser funktionieren Mich bestimmt nicht umbringen Des Todes, wie die letzten 50 Mal, dass ich's versucht hab Oh mein Gott, ich kotze Das kann nicht sein Das kann nicht sein, dass du da klettern wolltest Gerade und mich schon wieder umbringen wolltest Mit deinem dreckigen Bullshit Es ist absolut Es ist absolut krank Es ist absolut krank Ich muss erstmal drei Frostalions holen Um überhaupt Chat Dragon bekommen zu können Ich werde wahrscheinlich hier nochmal ein Männchen bekommen Ich bin einfach angewidert Frostalion, du gefällst mir nicht Vielleicht werden wir Chat Dragon auch heute einfach mal nicht machen Kommt jetzt halt drauf an Wie unser Homie hier reagiert Wenn unser Homie sagt Jo Bro Stream soll ein bisschen länger gehen Keine Probleme meinerseits Aber wenn Bro sagt Nee, heute Gar kein guter Tag Heute mal ein bisschen länger Pause Für Schinko Weil der ein bisschen am Arsch ist Der junge Mann Äh, ja Er denkt an mich, der Junge Er denkt an mich Auch wenn ich's ein bisschen asozial finde Wie er das so kommuniziert Aber Ey, mir geht's eigentlich mit dem Stream ziemlich gut Also ich Ich finde, ich teile mir das ziemlich gut ein So, dass es mir gut damit geht Du musst dir keine Sorgen machen, Bro Bleib einfach in diesem verfickten, dreckigen Ball Nur weil dich keiner liebt Heißt das nicht Dass du nicht da drin bleiben sollst Okay Wen hassen wir? Oh, warte, die Zentrale Äh, sendet mir gerade eine Nachricht zu Oh, die Community hat entschieden Frostalion ist das schlechteste Paul In ganz Paul World Okay, zurück zum Stream Ja, ihr habt's gehört, Chat Da wurde es leider entschieden Ich hab da selbst leider Nichts mitzureden Ich bin hier nur der Moderator Der Paul World Abstimmung Guck mal, Bastard, ehrlich Lern mal ein bisschen Respekt zu haben Ja, das ist kein Respekt Erregt mich so auf der Junge Und ich sag jetzt schon der Junge Weil ich weiß, dass es ein Männchen sein wird Komm an Das Spiel gibt mir kein weibliches fucking Frostalion Das Spiel gibt mir kein fucking weibliches Frostalion Sind wir einfach mal ehrlich Ey, mein Susaku hält richtig gut durch Und der ist sogar underlevelt des Todes Für unser momentanes Level Was echt crazy ist Ich würde trotzdem mal Blasermut wieder Dass mich das hättet Nur weil ich mein Paul gerade rausschalle Ist halt auch wieder so bodenlos Blasermut, bitte stirb nicht Blasermut, ich liebe dich, bitte Ich muss switchen Wenn das kein weibliches Frostalion ist Dann dreht sich meine Welt Bitte Susaku Ich liebe dich doch Susaku shiny my goat Oh mein Gott, wie bin ich da unten durch Ich hab keine Ahnung Ich will es, glaube ich Gar nicht wissen Ich will einfach nur nach Hause Ich will einfach nur nach Hause, Chad Ich will einfach nur nach Hause Meine Waffen reparieren Meine Rüstung reparieren Dann noch einen letzten Try Auf Chad Dragon raufballern Und dann einfach mit Traurigkeit Weil wir es nicht schaffen werden Schlafen gehen Obwohl, come on Also mit drei Frostalions Wäre das schon sehr bodenlos Wenn wir es nicht schaffen würden Aber man darf nicht vergessen Ich bin scheiße in dem Spiel Was natürlich auch nochmal ein großer Ich hasse dich Ein großer Faktor ist in dem Ganzen Nee, du hättest niemanden hier Du Bastard Ja, ich hab gesagt Niemanden Bitte, Susaku Wir sind schön bei der Hälfte Wir können noch weiter runter Ich stelle mir aber auch ziemlich geil Vor, dass die Attacke Eben gut für Mobility genutzt werden kann Also da habe ich schon sehr viel Bock drauf Wenn ich dann den Sattel und alles frei habe Für das Viech Aber das wird noch etwas länger dauern Weil ich habe definitiv momentan Andere Prius Wie zum Beispiel Es sollte Reifel Dass wir beim nächsten Level Up Freischalten werden Du Reudiger Lass mich in Ruhe Okay, wir haben nur noch 92 Von dem fucking Legendary Das ist auch so unfassbar krank Okay, ich bring meinen Go to Susaku wieder raus Bei meinen Susaku ist halt wirklich einfach das Monster schlechthin Ich liebe ihn Ich bin so froh, ihn zu haben Er ist alles, was ich jemals wollte in diesem Spiel Und das nächste, was ich will Ist ein perfektes fucking Frostalion Ansonsten quitte ich Frostalion Perfekt zu machen Und gehe wirklich mit Jormuthard weiter Come on Wir könnten so schön jetzt raufgehen auf dich, Homie Wir könnten ein perfektes von dir machen Aber du hast irgendwie keinen Bock drauf Siehst du Du attackst auch so aggressiv halt immer so Ohne Liebe Ohne Zurückhaltung Einfach nur mit Hass Das kann es doch nicht sein, was dein Herz antreibt, oder Homie? Ich werde Jormuthard kurz droppen Damit er schön den Fireball droppen kann Und dann werde ich zu Blasamut zurück switchen Drop den Fireball, Homie Drop deinen Fireball Das ist kein Fireball Ich glaube, er rafft es nicht so ganz Das ist Fireball, danke Ja, wieder genau während dem Switch unterwegs worden Ist aber okay Ich mache mich schon mal ready zum Fangen Weil wir können jetzt auf jeden Fall in eine kritische Situation erkommen Wenn das Drecksviech Genau das macht Und ich genau in diesem Moment stuck auf diesem dreckigen Feld bin Das Viech ist absolut krank Ich bin mir so unsicher, welches das krasseste Viech bislang ist Und da kommst du, du kleiner Bastard Hol ihn dir jetzt von hinten schön Ich habe gar keine Muni mehr mit dem Scheiß Ja, Bullshit Schmutz bist du in dem Spiel Absolutes Drecksviech in meinen Augen Bleib drin Das ist wieder nur 8% Ne, der bleibt gar nicht drin Ja, dräng ihn weg von mir Weil ansonsten macht das sowas wieder, Susaku Oh, das ist so ein Schmutz Absolut widerliches Wesen Okay, komm Das muss ja jetzt schon eine höhere Chance sein Es ist absolut krank Ich werde absolut getrollt von dem Spiel Immer wieder stuck wegen der Area Immer wieder Das war kein Hit, Tommy Und da hüpfst er drüber Genau mein Humor Genau mein Humor Versuch wenigstens mal drinnen zu bleiben Ich kann das halt nicht mehr länger aushalten Wenn das so weitergeht Ich halte das nicht länger aus Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein fucking Gott Hooligan ist sogar wirklich ein solider Stat Weil man kein Lucky drauf bekommen kann Wäre das eigentlich ziemlich solid Das Problem ist halt Bist du weiblich Bist du weiblich, girl Bitte weiblich Learn Dragon Cannon Wirklich? Was? W-w-w-w-what? Oh please Du hast gar nichts gelernt Lügst doch einfach, hä? Da stand doch gerade Learn Dragon Cannon Was ist Dragon Cannon, hä? Bin ich lost? Dragon Cannon Okay, sag mir gerne Bescheid Wenn ihr wisst, was das heißen soll Du hast ja auf jeden Fall gut was verdient Deshalb bekommst du für deine Sanity auf jeden Fall Auch gut was rein Learn Tree Lightning Ich glaube nicht, dass das von Susa Quiz Okay, Learn Hydrolaser Ähm Ist das ein Bug? Oder was zur Hölle passierte gerade? Oder wer hat mir gerade Dinge angezeigt, die meine Poisoner Basis erlernt haben? Oder so vielleicht I don't know Kann sein, I guess Aber okay Jetzt chillen wir einfach mal Bis unser Ausdauer voll ist Und dann Werden wir Hoffen Beten Und noch mehr beten Bitte Versuchen nachzudenken, Spiel Ich bin ein treuer Spieler Hab viel Zeit schon rein investiert in das Spiel Und möchte Ein weibliches Frostalion Ich fühle mich erlöst Ich fühle mich definitiv erlöst Okay Frostalion 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 Fanglob Fanglob Dann haben wir hier Unser Food noch Dann sortiere ich noch ganz kurz Unser Inventar wieder mal Man kennt Man kennt Und dann hoffen Und beten wir einfach mal Dass das jetzt alles Genug sein wird Für Unser Finales Trichern Mit dem Bastard Das stimmt Da hab ich ja gar keine Money mehr gehabt Das ist natürlich ein bisschen bodenlos Da hab ich Heatstuff Und Dann hab ich eh nur noch Glaub ich das hier Das heißt Wir gehen mal schlafen Dann gehen wir alles reparieren Dann Sollten wir eigentlich auch schon ready sein Dann sollten wir eigentlich auch schon ready sein Würde ich behaupten Ja Habt alles gut Zack Äh Dann mach ich das so auch noch Dass wir hier Zack Zack Äh Und da sind die Ingots Rein machen Das alles sortiere ich nach dem Stream Schön wieder rein Und jetzt Ist mir eigentlich eh alles egal Come on Gönn mir doch einfach bitte jetzt Einen Chat Dragon Ich will nicht mehr als einen Chat Dragon Das kann nicht so schwer sein Oder Das kann ja nicht so schwer sein Das ist gut eigentlich Oder Okay Das Gute ist halt wenigstens Wir haben hier kein Problem Mit dem ganzen Stuff hier Ähm Ich weiß nicht Ob wir hier schon Alles fertig haben Ja Dann würde ich mal kurz Ähm Obwohl ich glaube Ich warte da vielleicht doch Bis wir 45 sind Weil das kommt eh Schon ziemlich bald Und dann werde ich so viel Munitioner machen Wie nur fucking möglich Okay Leute 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 Wir haben Heute zwei Frostalions gefangen Wir haben perfekte Susaku Und es sieht auch ziemlich gut aus In unserer Jormund Na To Farm Da habe ich das falsche rausgeholt Das mag ich nicht Wie viel meins Wir haben also Egal ob wir das jetzt fangen Oder nicht Heute ist sehr viel erreicht Ich bin ziemlich zufrieden Ich werde mich jetzt auch Dransetzen Mit Frostalion Ein perfektes Exemplar Zu gebären Die Frage ist und bleibt halt aber nur Ob Jet Dragon Vielleicht auch Bock hat Auf das Ganze Vor allem wenn ich eben Drei Frostalions reinschalle By the way glaube ich Dass man mit Frostalions sogar fliegen Und Normal reiten kann Wegen den Flügeln Und wegen dem Rennen Ich glaube ich habe das auch schon im Video gesehen Das fliegen kann Ich bin mir aber ehrlich gesagt Unsicher Ich schaue mir momentan Generell Sehr sehr gerne Äh Proilworld Videos an Keine Sorge Ich spoiler mich Irgendwie nicht zu Oder so Ich schaue da wirklich einfach nur Interessanten Stuff an Zum Beispiel Habe ich ein ziemlich geiles Video gesehen Wo jemand einfach nur mit Ich glaube Gopfen Warns Äh Das Mammorest am Anfang Besiegt hat Und der war komplett underleveled Hat den aber komplett weggeschallert War es Mammorest? Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher Was es genau war Oder war es vielleicht sogar Blasermut? Ich bin mir gerade unsicher Proregiert mich gerne Falls ihr das Video auch kennt Aber war auf jeden Fall sehr spaßig anzuschauen Ich mag solche Videos generell Ziemlich gerne Muss ich sagen Aber ich hasse Fanglobe Das ist was Was ich einfach auch wieder mal aussprechen muss Weil dieses Drecksviech Kann halt gar nichts Kann halt gar nichts Einfach in seinem Leben Also was macht Fanglobe Was halt Ein anderer So nicht kann Jo scheiße aussehen vielleicht Das ist halt auch Sorry Eigentlich mag ich Fanglobes Design Das Viech hat mich wirklich nur schon so oft In meinem Leben jetzt enttäuscht Aber ich nutze es halt auch schon so gut wie Zeit I don't know 100 Stunden Dauerhaft in meinem Team Und da ist es glaube ich mal gut Dass wir das Viech dann bald ersetzen werden Eben mit Chit du Dragon Wenn es endlich mal so weit kommen sollte Jedenfalls Also bitte gönn's mir Dann muss ich Fanglobe nicht dauerhaft weiter beleidigen Boah ich hab aber generell so große Pläne Also wirklich Ich will so viele von Impulse perfekt machen Und ja Manche werden bestimmt sagen Jo Bro das ist gar nicht perfekt Da gibt's das und das ist besser Ja Ich will's auf meine Art und Weise perfekt haben So wie ich's perfekt finde Ist es für mich eben auch perfekt Man kann natürlich auch Musclehead statt einem anderen Stat draufballern Und 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 Kann man definitiv alles tun Meinen Chat Dragon werde ich wahrscheinlich halt sogar wirklich voll auf Mobility dann bauen Bin mir aber noch unsicher Je nachdem wie zufrieden ich mit dem normalen Speed von dem Teil bin Okay wir starten hier rein Okay warte mal warte mal warte mal Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao